hallo und herzlich willkommen zurück zu warte ich mache mich mal kleiner entschraude ich habe mir ein bisschen geste dann der burg das ist der glaube das ist der edle das ist der normale ich kann das doch das ist der normale stein block daneben das ist der veredelte stein block also der da er hat ja oben so eine lippe zum rand und ja wenn ich jetzt hier hoch kommt kann ich das noch zeigen und ich dachte mir dass ich erst mal hier die mauer um halben erhöhen dann geht's halt darin man läuft hier so vorbei ihr käme dann noch zaun hin damit man ihn nicht direkt runter plumpst oder ich mache hier auch noch ein paar zinnen die zinnen habe ich verdoppelt und ich weiß ja nicht ob man es sehen kann kann man das sehen wir sind so schräg wir sind abgeschrägt das habe ich so gemacht indem ich da diese schindel dächer dazwischen gesetzt habe dann ist das super duper abgeschrägt und wenn ich jetzt mal hier raus gehe ich kann man sehen hier von hier sieht man das abgeschrägte nicht aber was man sehen kann ist diese lippe die da unten so raus guckt weil ich das richtig gut könnte man natürlich überlegen was passiert denn wenn ich sind noch ein nach außen ziehe so lange mehr so dick ist die lippe nicht ich glaube so dick ist die nicht ist ja nur was weiß ich ein zehntel block ja noch nicht mal die hälfte um einen halben block kann ich ja nix rausziehen so das wäre die idee dazu da wollte ich mir bessere werkzeuge machen letztes mal schon so mach mir mal hier bitte holzfäller axt ich habe keinen leinen und so machen habe ich noch im inventar ja 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 leinen noch was drin zwei leinen hat ich mach mal lieber noch ein leinen falls ich noch eins braucht so dinge mach mir jetzt mal die holzfäller axt und dann hätte ich gerne noch die spitze das kostet gar kein leinen wie soll das denn leinen gekostet okay dann hatte ich ja doch genug wegen dem ding da okay die spitze hat das doch auch warum kostet das kein leinen wissen die götter ich weiß immer noch nicht warum ich so holzfäller bronze 32 schaden 6 ausdauer die hat 25 schaden 6 ausdauer die hält auch genauso lang diese jahr 32 schaden 6 ausdauer also das gleiche ich brauche ich nicht mehr oder also ich sammeln falls hier jemand mal mitspielen will hat doch vielleicht gleich mal eine axt doch kommen das gut sein mit dem weg damit löschen löschen was das denn mein schwert was ist das denn ja mein schwert ja ok wozu hatte ich zinnerz gebraucht was hier irgendwo feile vergiftete eisen feilen habe ich eisen gefunden habe ich denn eisen gefunden äh ne habe ich nicht äh ne habe ich nicht äste bronzebarren bronzefeil vergiftete eisenfeile kann ich doch gar nicht machen aber das war ich ich habe schwefel gefunden deshalb ok spezialfeil was das denn täubungsfeil was braucht man den denn mir erst mal feil ein mir erst mal sagt man man das ist hier leucht feuer weil was ist der gut auskundschaften der umgebung kann eine ziemliche haushaltung sein besonders in der dunkelheit dieser spezialfeil hinterlässt beim aufwahl ein leuchtfeuer das ein wenig licht spendet ok brauche ich allerdings feuersteinfeile die sind hier vorne ne ja ich habe keine äste mehr ich will mich vor zehn äste man könnte die ja trotzdem mal ausprobieren äste 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 ja egal so leute das hier müsst ihr euch noch angucken ich habe hier hinten wenn man hier so rausgeht habe ich ja diese juka palmen gesetzt ne wo die waren auch richtig gut anzusehen so richtig niedlich wenn ich jetzt ich jetzt komme ich hier raus hilfe das ist doch mal ein juka palmenwald also erst mal man sind das schieß ich kriege aus jedem von den dingern krieg vier juka palmen raus ich will sowas auch bauen können kann ich sowas bauen weiß es nicht so immer durch warum war das hier bei ihr großer rucksack ne habe ich das nicht gebraucht ne werber station trockengestell wachsfackel 100 prozent halbarkeit 75 prozent halbarkeit und liegt macht feuerschaden macht auch feuer schaden 12 schaden also hier war es nicht irgendwo hatte ich erz gebraucht aber für was die habe ich auch noch nicht gebaut auch man die kohle brennhofen schmelze schmiede nägel holzfäller äxte dietrich schilde recken schild das ist unser schild aber besser echter schild jetzt in block 13 block auch nicht übel aus ich gucke unser schild hat aber ich glaube ein bisschen mehr 15 block 66 parierkraft so einhändige wochen koilis magie schilder bräuchnet schilde also da war ich sollten also habe ich rechter hüter okay diverses also bei ihm war es auch nicht war es bei dir ich glaube das war hier irgendwo vitalisieren ich habe nicht viel hallo kamille geht mir auch langsam aus da muss ich demnächst noch mal ein bisschen was machen erst mal über lebensflächen settenstaub dank der brut schleift ist da magiestab mehr kann der auch nicht mehr bücher irgendwo war das an ich finde es halt nicht was bei dir neben dir war das glaube ich nicht was bei ihr dingte farm erde ja nitrat das hängt alles am nitrat oder nein ich weiß was war das war hier berge die flamme da sind erz ich habe 18 ich brauche 20 alles gut wollte ich nicht da wollte ich hingucken und jetzt mal wieder alles raus dann gehen wir noch ein bisschen zinn holen aber erst mache ich mich ein bisschen größer okay das war der veredle den ich benutzt habe dann kommt der mal da hinten hin stadtmauer block stadtmauer block normaler steinblock kommt hier vorne hin weil ich das brauche und steinziegel dach brauche ich für die abschrägung hier kommt noch mal darin das zinn ich das hier reinpacke macht er zinnbaren draus oder das ist ja noch zinn jetzt drin warte mal ich brauche 20 ab 31 stapel teilen 20 zu 11 dann kommen die 11 noch mal hier und die 20 lagere ich hier hinten ein irgendwo wo ich sie nicht rausnehmen gut gesagt wird so trotzdem rausnehmen ich bin mir ziemlich sicher ne wasser botlingsbeine botlingsbeine dann hier unten ja botlingsbeine bleich weg wasser weg waren weg ne 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 doch zinnbaren und bronze barren du kommst da hin fleisch kommt hier hin ist eigentlich das fleisch hier so fleisch und wasser ist drin der hammer kommt weg so der hammer hat geblinkt warum jetzt nicht mehr jetzt bringt dann immer okay das war das ich finde sieht gut aus das gleiche kommt dann noch mal oben den turm mache ich im ganzen also acht meter nähe vier meter höher die mauer habe ich um zwei meter erhöht der turm wird dann vier meter höher aber da muss ich erst gucken das hier wird und huste anfall gekriegt ja die brücke fährt darin okay jetzt würde ich gerne mal ausprobieren wie es denn aussieht wenn ich hier auch einen anderen stein nehme ja nur so ein bisschen mehr kontrast rein zu bringen ja kann man testen wie sieht das denn eigentlich aus aber wir machen nix heute können wir noch irgendeine aufgabe erfüllen so auf die schnelle tagebuch wissenschaftlich wissenschaftliche instrumente waren im roten miasma das geht nette also im um gerade waren die mann hier diese viecher hier rotes miasma wo waren denn diese viecher diese roten nach abend blick bergfried ob habe ich hier in zu hause ging gestellt was ist das gehen wir dahin so ach so ja hier sind fragezeichen und gerücht über die drachen höhle rutscht über die drachen höhle oder das ding war manchmal wegpunkt dahin 200 elf meter in die richtung dann gucken wir uns das mal schnell an ich muss unbedingt noch mal kamille anbauen hier oder was hier höchter und dann schon moment das sieht so aus als wäre hier denn treppe wo es runter geht neben dem spiel das ist doch hier auf der karte nicht vermerkt oder doch warte wir gucken hier ist nix vermerkt ich habe ihn dann schon gefunden goldene kiste vielleicht ne war spinnen da bin ich immer glatt an der vorbeigehüpft hauptsache vergiftet warte was sehe ich da hinten tote spinnen ja wenn die schon tot sind ach so deshalb sind die tot er kommt doch kommt kein bock einfach keinen bock hier ist noch dieses blaue zeugs was ich ernten könnte bin ich irgendwo dran vorbeigelaufen vielleicht ist hier irgendwo eine geheime kammer ich laufe hier drauf los kam von hier ne hier war nix glaube ich von wegen noch was säurebiss das ist nicht weiter geht's hier ist auch nix hier sind wieder diese zacken ok tote spinnen ich habe dich gesehen ne okidoki ja moin was musikerstiefel 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 hätte mich ja auch jetzt gewundert was ist hier so in den sachen drin nix nix drin musikerstiefel ja aber erwischt hat sie mich trotzdem geheim ginge naja war mir klar die dicken dinger kommst du hier da was ist hier so in den sachen drin okay wie ich das hier richtig die tür immer diese auf und zu spielchen waren was das denn jetzt große keule das bestimmten zwei händler aber ich nehme sie trotzdem mit und dann muss ich jetzt hier lang oder war es das schon ja hier ist doch sonst nix der eingang hier wollte ich nicht durch hier lang gegangen was bewegt sich denn da drin ist das wirklich hier war noch mal da bin ich durchgelaufen weil da hinten dieser kasten war ja genau das war es schon hier ich nicht reingeguckt alles klar und sie denn her hauptsache am ende noch schnell mich vergiftet hier ist aber eigentlich geil wir können nach hause gehen oder wollten wir dahin wollten da gucken ja kann man immer noch machen oder ich gehe jetzt hier raus und gucke mir das schnell noch an ich gucke mir halt schnell an ein acht meter ist das 21 meter was bist du schönes sie ist es ist eine mir erstmal wurzel die brauche ich jetzt nicht gott gehen wir nach hause werde ich offline vielleicht noch ein bisschen an der burg weiterbauen ja vielleicht ist relativ aber haben wir ja mal machen die idee war super raus mit dem zeug hier habe ich nix von wo waren die drinnen waren die drinnen da also säure bis hatte ich noch nicht das erfahrungsschrift tolle doch gut kann man ja mal benutzen sehr gut okay garn so und die keule noch äste dann die stiefel die keule was ist das ein gereinigter verband gut links beine war nämlich ja auch hier oben drin und hier aber gut links beine minzpilz fleisch wollte ich das denn ja da ist es und schuld war hier ne hier ist schuld alles schuld wo sind die tränke wo sind die tränke da ein gereinigter verband fuck sieben stück prima so jetzt testen wir das noch aus ja ist leider ein zweihänder ich werde ihn trotzdem aufheben warte hier sind die ja ja okay hier sind die ganzen waffen und dahin und dahin äh du kommst wieder dahin die mystiker stiefel sonst hätte ich die schon mal gehabt hier mystiker stiefel stufe 18 stufe 18 10 20 10 20 naja was man hat hat man so eigentlich hier noch drin gar nichts die warte mal vielleicht sollte ich hier da ich mache die ringe gehören ja nicht zu den waffen die würde ich hier mal raus tun schild ja die die rollen können raus schlüssel kann raus die hake das ding im ball das auch weil das er kann auch hier raus ja guck an jetzt haben wir doch viel mehr platz bümpchen bümpchen und bümpchen und die ringe rennen und jetzt so machen dann alle ringe drin natürlich nicht so die dreierringe dahin aber sonst keine ich habe nur dreierringe hälfte rollen schlüssel oh nee und hier hinten hin alza auhammer und hake okay gut dann haben wir es ich bedanke mich für das zuschauen bis morgen gehabt euch gut und tschüss auf 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 Vielen Dank.